Gina! Oskar hat dich ins Bett gebracht. Du hast fast 24 Stunden geschlafen. Die Anstrengung als Medium zu dienen hat dich wohl ganz schön umgehauen. Erinnerst du dich daran, was im Brunnen der Seelen geschah? Aber gewiss doch, ich sah alles wie in einem Traum. Ich fühlte mich, als ob ich über euren Köpfen schwebte. Aber ich erinnere mich daran, dass du nicht nach deinem Vater riefst, sondern nach einem gewissen... Johnny. Johnny, der Indianer. So ist es. Glaubst du nicht, dass du mir eine Erklärung schuldest? Ja, ich schulde dir wirklich eine Erklärung. Und ich werde sie dir jetzt geben. Erinnerst du dich daran, was ich dir im Krankenhaus über den Tod meines Vaters erzählt habe? Klar erinnere ich mich daran. Schau, es ist nicht alles wahr. Das bedeutet, dein Vater ist nicht... Nein. Ihm geht es sehr gut. Außerdem arbeitet er nicht für die Regierung. Er ist Scharfzüchter. In Marion Bridge, Utah. Dann war alles nur eine große Lüge? Nicht ganz. Lass es mich dir erklären. In der Tat habe ich im Pink Iguana gearbeitet. Aber wenn man es genau nimmt, bin ich keine Sängerin. Ich unterhalte die Leute auf eine andere Art. In jener Nacht habe ich mich nach der Vorstellung mit einem Typen unterhalten. Johnny, der Indianer. Ein etwas verruchter Kerl, der gerade aus dem Gefängnis kam. Und Johnny hatte ein paar Drinks zu viel getrunken und sagte mir, dass sein neues Leben anfangen würde und dass ich mit ihm gehen solle. Er zeigte mir ein Kruzifix, das er vier Jahre im Gefängnis am Hals getragen hatte. Und dann sagte er mir, das Kruzifix sei ein Schlüssel zu einem neuen Leben. Er war betrunken und ich nahm ihn nicht ernst. Ich dachte, dass der Typ den christlichen Glauben annehmen wollte oder sowas. In dem Moment erschienen die Sandretti-Brüder im Lokal. Johnny bat mich, das Kruzifix für ihn aufzubewahren und zu verschwinden, bevor man mich sieht. Alles, was ich dir über den Tod im Lager des Pink Iguana erzählt habe, ist wahr. Nur sie töteten nicht meinen Vater, sondern Johnny. Unter ihren brutalen Schlägen sollte er anfangen zu reden. Ich hatte schon gehört, wie gefährlich und brutal die Brüder Sandretti sein sollten. In jener Nacht sah ich es mit eigenen Augen. Ich sah, wie sie Johnny umbrachten und konnte einen Schrei nicht unterdrücken. Dadurch entdeckten sie mich. Deshalb floh ich so schnell ich konnte durch die Gasse. Aber warum hatte man ihn verhört? Was hatte er getan? Hör zu. Johnny hatte wegen eines Raubüberfalls auf einen Geldtransport gerade vier Jahre abgesessen. Die Sandrettis hatten den Raub organisiert. Johnny war einer ihrer Männer und mit von der Partie. Im Prinzip war es ein Erfolg. Es war ein sauberer Raub ohne Tote oder Verletzte. Die Geldübergabe an die Sandrettis sollte einige Stunden nach dem Raub in einer Garage stattfinden. Aber jemand hatte einen Hinterhalt vorbereitet. In der Garage wimmelte es von Polizisten und die Gangster wurden festgenommen. Zum Glück für die Sandrettis waren sie nicht persönlich zu der Übergabe erschienen. Deswegen konnten sie nicht angeklagt werden. Jedoch wurden nicht alle Gangster erwischt. Unerklärlicherweise konnte Johnny entkommen. Man stellte ihn erst einige Tage später in der Nähe der mexikanischen Grenze. Und das ist wohl das Wichtigste. Die Beute wurde nie gefunden. Was heißt, sie wurde nie gefunden? In der Garage und bei Johnny fand man nichts. Er schwor, aus der Garage geflohen zu sein, aber keinen einzigen Dollar genommen zu haben. Und obwohl die Polizei alles durchsuchte, konnte sie das Geld nicht finden. Nach dem, was ich in der Nacht vor Johnnys Ermordung hörte, verdächtigten die Sandrettis ihn. Sie dachten, er habe das Geld behalten, die Polizei in Kenntnis gesetzt und den Hinterhalt in der Garage organisiert. Sie glaubten, dass er das Geld auf der Flucht irgendwo versteckt hätte. Später hätte er sich dann von der Polizei verhaften lassen, um bei den Sandrettis keinen Verdacht zu wecken. Und du glaubst wirklich, dass jemand, der einen Haufen Geld hat, sich erwischen lässt? Im Bewusstsein, dass er dann mehrere Jahre im Gefängnis verbringen wird? Ja. Wenn man keine andere Wahl hat, schon. Er wusste, wenn er mit dem Geld geflohen wäre, hätten die Sandrettis es erfahren. Dann hätten sie ihn gejagt und vor der Polizei erwischt. Er muss gedacht haben, dass 20 Millionen vier Jahre Gefängnis wert sind. 20 Millionen? 20 Millionen. Johnny dachte wohl, dass die Sandrettis bis zu seiner Entlassung alles schon vergessen hätten. Er könnte dann einfach verschwinden und eine üppige Rente genießen. Aber es kam anders. Die Sandrettis vergessen keine 20 Millionen. Sie holten ihn ab, als er entlassen wurde. Ich verstehe. Und als die Sandrettis ihn verhörten, konnten sie die Wahrheit aus ihm herausholen? Nein. Dieses Schwein Gustav hat ihn vorzeitig umgebracht und Johnny hat nie zugegeben, dass er das Geld hat. Aber das heißt, wir wissen nicht genau, ob Johnny das Geld hatte. Doch. Wir wissen es. Er sagte es mir in der spiritistischen Sitzung. Durch dich. Das Schlimmste daran ist, dass ich nicht erfahren habe, wo er das Geld versteckt hat. So. An das Geld zu kommen ist also das Einzige, was dich an der ganzen Geschichte interessiert hat, was? Nein. Zumindest am Anfang nicht. Ich versuchte, mein Leben zu retten. Ich war Augenzeugin eines Mordes und wusste, dass sie versuchen würden, mich umzubringen. Später, ja. Ich gebe's zu. Ich dachte, falls wir das Geld finden, könnte ich ein neues Leben weit weg von den Sandrettis beginnen. Ist das so schlimm? Je nachdem, wie man es sieht. Ich verstehe nur nicht, warum sie uns nicht erledigt haben, als sie uns im Museum empfingen. Ganz sicher hat ihnen jemand aus dem Pink Iguana gesagt, dass ich mit Johnny geredet habe, bevor er umgebracht wurde. Sie haben dann gedacht, dass er mir etwas über das Geld anvertraut hat und wollten mich deswegen aushorchen. Ein Glück, dass du so wunderbar warst und mich aus der schrecklichen Hütte befreit hast. Hör auf, mir Geschichten zu erzählen. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Ich bin wirklich naiv. Ich bin dir blindlings ins Netz gegangen. Bitte, Brian. Du musst mir verzeihen. Ich wollte dich nicht anlügen, ehrlich. Aber ich hatte solche Angst. Ich dachte, du würdest mir nicht mehr helfen, wenn ich dir die Wahrheit erzähle. Da irrst du dich. Ich bin ja so blöd, dass ich dir trotzdem geholfen hätte. Aber jetzt ist Schluss damit. Ich fahre sofort nach Kalifornien. Und du... Nein, bitte. Du weißt, dass sie mich umbringen werden. Früher oder später finden sie mich und dann werden sie mich beseitigen. Meine einzige Möglichkeit ist es, das Geld zu finden und damit ein neues Leben zu beginnen. Bitte lass mich jetzt nicht allein. Hilf mir. Ist schon gut. Ich helfe dir, das verdammte Geld zu finden. Aber danach möchte ich dich in meinem ganzen Leben nicht wiedersehen. So etwas nicht du. Ist mir sehr wichtig. Bitte versuch nicht schon wieder mich an der Nase herumzuführen. Ich sagte dir schon, dass ich dir helfen werde. Spar dir also die Mühe. Du brauchst mir nicht zu glauben. Aber jetzt bin ich ehrlich zu dir. Außerdem sollten wir das Geld finden. Gehört die Hälfte dir. Von dem Geld möchte ich keinen Cent. Meinetwegen. Na gut. Wir wissen, dass Johnny das Geld irgendwo in der Nähe versteckt hat. Und dass der Finger etwas damit zu tun hat. Egal wie abwegig es klingt. Aber wo sollen wir mit der Suche beginnen? Während du geschlafen hast, ist mir etwas eingefallen. Das mir Johnny einige Jahre vor dem Raub erzählte. Was war es? Er verrät mir, dass er zwischen einem Job und dem nächsten für gewöhnlich einige Tage in seinem Stammesland in Arizona verbrachte. Er hauste in einem uralten Wohnwagen, bevor er nach New York zog. Offensichtlich kann der Wohnwagen nicht weit von hier entfernt sein. Wenn wir ihn finden, könnten wir vielleicht auch auf die Spur des Geldes stoßen. Ja? Das scheint eine gute Idee zu sein. Damit fangen wir an. Ich werde versuchen, den Wohnwagen zu finden. Ich komm mit. Mein Bein ist schon fast in Ordnung. Kein Wort davon. Du hast dich noch nicht erholt. Und ich würde dich nur sehr ungern die ganze Zeit durch die Gegend schleppen. Wirst du dein ganzes Leben auf mich böse sein? Nein. Da ich vorhabe, dich so schnell wie möglich aus meinem Leben zu verbannen. Schon gut. Wenn meine Gesellschaft dich so sehr stört, dann geh allein. Das mache ich auch. Aber mach dir keine Sorgen. Ich komme zurück. Uiuiui. Uiuiui. Da ist jemand sauer. Okay, der mir die ganze Zeit angelogen ist und so. Ich glaube, das ist verständlich. So, dann gehen wir mal auf die Suche von diesem. Hat die blöde Birch uns angelogen? Naja. Ich gehe lieber zuerst zu Sushi. Naja, klar. Ich muss mit jemandem sprechen, dem ich vertrauen kann. Ich kenne sie aber nicht so lange. Sushi, die hat mich angelogen. Hilf mir. Hallo, Sushi. Dix bitten. Hallo, Brian. Wie sieht's aus? Hast du was Neues herausgefunden? Ich habe noch etwas entdeckt. Aber ich weiß nicht recht, ob ich mich darüber freuen sollte. Wieso? Was ist denn los? Alles, was mir Gina erzählt hat, um mich in dieses Abenteuer zu locken, war nichts weiter als eine Lüge. Ehrlich? Erzähl. Erinnerst du dich daran, was Gina über ihren Vater gesagt hat? Ja, ja. Die Arme hat mit eigenen Augen gesehen, wie er kaltblütig umgebracht wurde. Ha. In Wahrheit ist er nicht umgebracht worden. Er verbringt ein ruhiges Leben als Schafzüchter in Marion Bridge, Utah. Wie? Na, wie? Und dann erzählt ihm ihr Gina die ganze Wahrheit. Sie kann nicht nach New York zurückkehren, weil sie da keine zwei Tage überleben würde. Außerdem möchte sie, dass ich ihr dabei helfe, Johnnys Geld vom Überfall zu finden, damit sie ein neues Leben beginnen kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte von dem Geld nichts wissen, aber ich möchte sie auch nicht mit ihrem Problem allein lassen. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass mein Leben zurzeit nicht unbedingt sicherer ist als Gina's. Wie ich es sehe, gehört dieses Geld zurzeit sowieso niemandem. Das Beste wäre, wenn Gina das Geld behalten würde und ein neues Leben damit beginnt. Besser, als es den Mafiosi-Brüdern Sandretti zu überlassen. Was die beraubte Bank angeht, kann man davon ausgehen, dass sie die Versicherungssumme schon vor Jahren erhalten hat. Das heißt, dass niemand etwas dabei verliert. Ich weiß nicht. Seit ich New York verlassen habe, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, die Kontrolle über mein Leben verloren zu haben. Es ist, als ob jemand die ganze Zeit hinter mir stehen kann, um jeden einzelnen meiner Schritte zu lenken. Mir ist, als würde er mich beobachten und jede meiner Entscheidungen für mich treffen. Es ist wie in diesem Computerspiel. Verstehst du, was ich meine? Grafik-Adventures, ja. Ich liebe sie. Ach nein, verliere nicht den Mut. Du weißt, dass du auf mich zählen kannst. Ich auch. Danke, Sushi. Du bist großartig. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Als erstes muss ich versuchen, Johnnys Wohnwagen zu finden. Wir wissen, dass er hier irgendwo in der Gegend sein muss. Ich hoffe, dort etwas zu finden, das uns zu dem Geld führen wird. Ein alter Wohnwagen? Ich kann mich nicht erinnern, einen gesehen zu haben. Aber ich verlasse Douglas Will nur, um Lebensmittel in der Stadt zu besorgen. Vielleicht wissen Rutger oder Saturn etwas davon. Ja, ich werde mit ihnen reden. Wir sehen uns später, Sushi. Klar, bis bald. Ich habe eben gar nicht mit Sushi geredet. Aber es wird schreit erstmal ein bisschen mit Sushi. Sushi, entschuldige bitte die Störung. Du störst nicht. Glaubst du, dass ich lieber nach Berkeley hätte fahren sollen und all dies hier vergessen? Die Frage ist, was glaubst du? Ich würde sagen, die Antwort lautet nein. Du weißt, dass du nichts ungelöst lassen kannst. Du hättest dich den Rest deines Lebens gefragt, was gewesen wäre, wenn du weitergemacht hättest. Schade, dass man das nicht so entscheiden könnte. Ich weiß schon, dass du mit Rechnern arbeitest, aber was machst du genau? Ich bin Informatikerin und wie soll ich es erklären? Sagen wir, mich interessiert besonders alles rund ums Internet. Das bedeutet, dass du den ganzen Tag im Internet surfst, oder? Eigentlich nicht. Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass ich viel mehr tue als nur surfen. Erinnerst du dich daran, dass vor einigen Monaten ein Hacker in das System der Regierung eindrang, obwohl es angeblich unbezwingbar war? Ja klar erinnere ich mich daran. Das war ein richtiger Skandal. Der Hacker hinterließ seine Unterschrift. Es war sowas wie... Die letzte... Die letzte Revolverheldin. Ja, so ähnlich. Oh, aber dann... Warst du es? Bist du also ein richtiger Hacker? So ist es. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, ich bin die Beste. Das ist der Hammer. Ehrlich gesagt dachte ich trotz der Unterschrift, die letzte Revolverheldin, dass der Hacker ein Mann sei. Eine typische Macho-Reaktion. Du musst wissen, dass unter den besten Hackern der Welt eine Menge Frauen zu finden sind. Hast du schon mal vom A-Team gehört? Aber klar. Die Kerle haben für eine Menge Wirbel gesorgt. Von wegen Kerle. Es sind zwei Schwestern. Alba und Aran. Wir sind eng befreundet. Diese Frauen sind spitze, das kannst du mir glauben. Gut, Sushi. Wir reden später darüber. Einverstanden. Bis bald. Okay, gehen wir mal zurück da. Der ist ja schnell aus für den Schiff.